Herzlich willkommen zu diesem Video, mein Name ist Christoph und heute machen wir wieder mal ein Video zum Thema Linux Mint als Ersatz für Windows und zwar das Thema Schriftarten. Obligatorisch wie immer, wenn euch das Video gefällt, dann liked es doch. Wenn ihr noch kein Abo habt, ein Abo, darüber freue ich mich immer und wenn ihr zum nächsten Video benachrichtigt werden wollt, dann gibt es noch das Glöchchen, dann müsst ihr die richtige Einstellung finden. Da ja meine Reihe Linux Mint als Ersatz für Windows so ein bisschen ausgerichtet ist, Linux Mint produktiv im Arbeitsleben einzusetzen, kommen wir früher oder später ja mal auf das Thema Schriftarten. Im Beruf gibt es ja ganz viele Fälle, wo zum Beispiel bestimmte Schriftarten quasi Standard sind oder vorgeschrieben sind und das sind nun mal ganz oft zum Beispiel Kurier, Verdena oder Areal oder jetzt bei den neueren Systemen ganz oft halt Calibri. So und diese Schriftarten, die gibt es ja standardmäßig unter Linux nicht. Dann schauen wir uns jetzt erstmal an, wie man hier sich die Schriftarten anzeigt und wie man Schriftarten installiert und dann wie man die fehlenden Schriftarten oder beziehungsweise einen Ersatz für diese fehlenden Schriftarten hier unter Linux Mint zum Einsatz bringen kann, ohne irgendwelche Lizenzverstöße zu haben. Man kann ja natürlich die Schriftarten von Windows einfach rüber kopieren und installieren, das geht ja auch, aber im Arbeitsleben sollte man ja solche Sachen nicht tun, weil man will ja lizenztechnisch sauer bleiben. So, wo sieht man denn nun unter Linux Mint, welche Schriftarten denn auf dem System erstmal installiert sind. So, das ist ganz einfach. Man geht einfach mal hier auf dieses Startmenü, dann könnte man sich das jetzt hier aus dem Menü suchen oder man sucht einfach hier zum Beispiel in Deutsch nach Schriftarten, in Englisch wird es dann Fonts sein. Dann haben wir hier zwei Menüpunkte, die wir hier finden. Das obere ist so ein Einstellungsmenü, wo man die Systemschriftarten auswählen kann, also für die Fenster und Co. Und das untere ist sozusagen das, was wir wollen. Und das ist im Prinzip wie so ein kleiner Fontmanager und dann sieht man zum Beispiel alle installierten Schriftarten, die jetzt auf dem System sind. Das ist ja schon eine ganze Menge. Aber wie gesagt, ganz oft ist es ja vorgegeben, Areal oder Kurier oder halt auch Times New Roman zu verwenden. Das hat unterschiedliche Gründe. Also Times New Roman zum Beispiel kenne ich, wenn es um Übersetzungen geht, weil es halt dort um die Laufweite, Zeilenanzahl und Wörteranzahl und was auch immer geht, damit man eine Norm hat. Oder halt Areal ist ganz oft vorgegeben für bestimmte Formulare. Wir können ja hier mal auf Suchen gehen und dann sehen wir mal, wenn wir jetzt hier Times eingehen. Also da kommt nichts. Areal kommt da auch nichts. Ja, Dena kommt da auch nichts. Oder halt Calibri, was ist jetzt seit Windows 7, also erst im Office-Paket und jetzt kommt es ja standardmäßig mit Windows 10 und 11 als Standard-Schriftart im Betriebssystem mit. Jetzt haben wir das ein bisschen unterschiedlich. Das heißt, es gibt die alten Schriftarten, die es schon seit Windows XP und früher gab. Also zum Beispiel gehören dazu, Andale, Mono, Areal Black, Areal Normal mit Bold Italic und Bold Italic, Comic Sans, Courier New, Georgia, Impact, Times New Roman, danach noch Verdena und Webdings. Die sind von Microsoft freigegeben worden. Also das heißt, die kann man ganz einfach unter Ubuntu installieren. Tahoma, was auch eine relativ beliebte Schriftart war, die gibt es leider nicht. Also die ist nicht freigegeben. Genauso ist nicht freigegeben Calibri und Cambria. Für die ersten Schriftarten, die jetzt bis Windows XP, also das bis Web-Dings, was ich gesagt habe, hatte ich ja gesagt, die sind freigegeben bis auf Tahoma, also die alten. Die kann man ganz normal unter Linux Mint über den Paketmanager installieren. So, müssen wir den mal starten. Da habe ich den jetzt angeklickt und nicht den auch, glaube ich. Gut, das heißt, hier müssten wir nun mal Fonts suchen, glaube ich. So, und da haben wir hier diesen TTF-MS-Core-Pons Installer. Wenn wir jetzt hier reingehen, schauen, ob es hier in der Beschreibung, da sehen wir das, welche Schriftarten dann hier drin enthalten sind. So, die kann man jetzt hier einfach installieren. Und die werden dann auch systemweit sozusagen installiert. Ja, hier müssen wir jetzt natürlich noch irgendwelche Lizenzen bestätigen, auch wenn jetzt hier nichts im Text drin ist. Das ist natürlich eine propertäre Schriftart, das ist ja keine Open-Source-Schriftart. Das ist halt nur für die Benutzung auf weiteren Systemen von Microsoft freigegeben worden. Ich brauche schon ein bisschen länger hier. Muss man dazu sagen, es ist jetzt eine virtuelle Maschine, die ich hier benutze. So, die kann man natürlich auch hier wieder komplett entfernen. Das geht auch. Und jetzt schauen wir mal. Das müsste ja. Times New Roman. In allen Varianten. Arial. Verdena. Okay. Also das wäre jetzt der erste Satz. Der ist erstmal soweit ohne Probleme gegangen. Und jetzt gibt es ja noch, gerade wenn man den Wechsel gerade aktuell macht von Windows auf Linux, hat man das Problem, dass man wahrscheinlich sehr, sehr viele Dokumente mit Calibri geschrieben hat. Das ist die Standardschriftart aktuell. Und dann gibt es ja noch die Cambria, die auch sehr viel verwendet wird. Und die sind von Microsoft natürlich nicht freigegeben. So, jetzt gibt es aber zum Glück Ersatz dafür. Ich zeige das mal ganz kurz. Also Google stellt sozusagen eine fast identische Schriftart zur Verfügung, die genau dieselbe Laufweite hat. Das heißt, Dokumente verschieben sich nicht. So, und das Schriftbild ist, sagen wir mal, zu 98, 99 Prozent identisch. Deshalb ist das dann grundsätzlich erstmal kein größeres Problem. So. Hier habe ich jetzt mal Calibri und die Ersatzschriftart Calito von Google sozusagen mal daneben gelegt. So, und auf den ersten Blick, also man sieht, die Laufweite ist genau identisch. Also das ist jetzt ein kleiner Wikipedia-Ausschnitt, den ich mal hier so reinkopiert habe. Und der obere Teil ist mit Calibri gemacht und der untere ist mit diesem Calito, was die Ersatzschriftart ist, gemacht. Da sieht man erstmal, die Laufweite ist völlig identisch. Ich weiß jetzt nicht, ob man das jetzt in dem Video ganz genauso sehen wird. So 100, also die Zeichen sehen zwar sehr identisch aus, aber wenn man so einen bestimmten Skalierungsfaktor hat, wie hier, sieht man, dass es hier ein bisschen anders, also die Kantenglättung ist ein bisschen anders. Also deshalb wirkt das hier ein bisschen schwächer, als hier die Schriftart. Wenn man die Schrift jetzt größer macht, dann sieht man den Unterschied nicht mehr unbedingt. Aber ich würde sagen, wenn man das jetzt mal vergleicht, hier Laufweiten und das hier unten guckt, ist die Schriftart von Google ein Ticken stärker. Also die Calibri, Original-Calibri hat halt so eine weichere Kante, würde ich jetzt mal dazu behaupten. So, aber grundsätzlich sollte das jetzt an sich erstmal kein großes Problem sein. Aber es darf ja auch nicht hundertprozentig identisch sein, sonst wäre das ja im Prinzip eine 1 zu 1 Kopie und ermitteln Lizenzbuch. So, ich wollte es jetzt nur mal zeigen. So, und wie installiert man denn jetzt diese Google-Ersatzschriftarten? Und das ist recht einfach. Man geht einfach auf fonts.google.com. Dann kann man die suchen. Ich mache das mal auf. Ich habe mir die schon direkt gelinkt. Also jetzt ist es die skalierte, das ist die Ersatzschriftart für Calibri. Dann lädt man die einfach runter. Jetzt eine ZIP-Datei. Dann nehmen wir gleich nochmal die Caladea. Das ist die Ersatzschriftart für Camrya. Das könnte man ja jetzt hier oben suchen, aber ich habe es mir einfach kopiert mal. So, kann man die dann auch runterladen. Und ganz oft wird ja noch Helvetica gefragt. Helvetica kommt eigentlich aus dem Mac-Bereich, gibt es unter Windows gar nicht. Die Ersatzschriftart ist halt Arial, die sehr ähnlich ist. Aber es gibt halt dann auch die Frage, naja, wir brauchen aber Helvetica. Es liegt halt daran, wer ist der Initiator von irgendetwas. Wenn der Initiator sehr Mac-lastig ist, dann kann es sein, dass Helvetica halt dort der Standard für ein Projekt ist. Das heißt, das kennt man dann hier, gibt es halt Arimo, ist sehr, sehr nah angelegt. Also ist genauso wie bei diesem Calibri so ein minimaler kleiner Unterschied, damit das halt nicht hundertprozentig identisch ist. Aber wäre halt für die Lizenzreihe. Ansonsten gibt es bei manchen Fonts die Möglichkeit, die bei Linotype zu kaufen. Beziehungsweise die, ich weiß nicht, ob es die über Adobe gibt, aber bei Linotype kann man die manche Schriftladen auch so kaufen, dass das dann Lizenz sauber ist. So, da haben wir die dann wahrscheinlich hier irgendwo im Download-Ordner. Da sind sie. So, jetzt kann man die, ich weiß gar nicht, ob man die, nein, muss man jetzt einzeln machen. Das heißt, ich entpacke die hier mal. So, gehen wir mal hier rein. Jetzt sind die ganzen Varianten, also das ist ja immer vier Schriftarten. Das heißt, die Standard, Kursiv, Kursiv und Fett und Fett sozusagen. Das heißt, zu einer Schriftart meistens gehören im Prinzip vier Schriftarten. Schriftarten und jetzt kann man die ja hier doppelklicken. Dann sieht man, wie die hier so schön aussieht und kann hier mit dem Klick hier oben die einfach installieren. Das könnte man jetzt, wenn man jetzt viele Schriftarten gemacht hat oder jetzt eine einzelne Schriftart, kann man halt jetzt auf diese Art ganz anruhe installieren. Muss man halt jetzt hier viermal anklicken. Wenn man das jetzt bei vielen Schriftarten macht, ist das natürlich ein bisschen mühselig. Das kann dann bei welchen dauern. Es gibt dann natürlich den zweiten Weg. Und zwar, diese Schriftarten werden ja jetzt nicht systemweit installiert, sondern die werden auf diese Art nur userbasiert installiert. Das heißt, wir gehen jetzt mal hier in den persönlichen Ordner. Ich habe mir jetzt die unsichtbaren, also die verborgenen Dateien hier mal eingeblendet. Und dann gibt es hier so ein paar Ordner mit dem Punkt davor. Und wir gehen hier mal in den Lokal. Dann gehen wir in Share. Und hier gibt es den Ordner Fonts. Und dann sehen wir, dass im Prinzip die vier Schriften, die ich gerade eben installiert habe, die sind die drinnen. Die Karate, das ist halt für den Brascot-Schriftzug die Schriftart. Aber das sind jetzt die vier, die wir jetzt gerade installiert haben. So, jetzt haben wir aber noch mehr. Es kann ja sein, dass wir jetzt ein paar hundert haben. Und da wäre das ja jetzt natürlich ein bisschen sehr mühselig, die alle mit der Hand zu installieren. Also so mit dem Install-Button da oben. Das heißt, hier können wir das dann einfach so machen. Wir markieren die. Und kopieren die einfach hier mal rein. Und dann müssen wir den letzten auch noch nehmen. So, und dann sind die im Prinzip verfügbar. Das heißt, jetzt gehen wir nochmal hier auf die Schriften. Ah, falsche ist erwischt. Und dann ist da jetzt die die Arimo oder halt die Chaldea. Na, das war ja für die zweite Schriftart da. Oder was hatten wir dann noch? Die Kalito. Kalito. Na, also Kalito wird wahrscheinlich die wichtigste sein. Das ist die für Calibri, die Ersatzschriftart. So, jetzt können wir das ja nochmal testen. Büro und LibreOffice Writer. Ja. 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 So, und dann machen wir mal Hallo Welt. Und jetzt brauchen wir die Das heißt, jetzt hätten wir den Ersatz für die Kalibri. So, das war's für dieses Mal. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wie gesagt, ein Like, ein Abo. Und wenn ihr zu dem nächsten Video erinnert werden wollt, dann das Glöckchen nochmal richtig konfigurieren. Ansonsten wünsche ich euch einen Rest. Schöne Woche. Tschüss, euer Christoph. ich bin mal Nütz aber auch. Pie 되게 drauf. Wie gesagt, könnt ihr mal N FP? Untertitelung des ZDF, 2020